Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Zu den Namen Allah subhanahu wa ta'ala gehört der Name Al-Hafidh und der bedeutet der Schützende oder auch der Bewahrer, derjenige, der die Diener, seine Diener bewahrt, dann, wenn ihnen etwas Schlechtes widerfährt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineingelegt hat. Und meine lieben Geschwister, an dieser Stelle müssen wir beachten, dass es passieren kann, dass dir etwas Schlechtes widerfährt und du in dem Moment das Schlechte siehst, aber Allah subhanahu wa ta'ala darin viel Gutes gesteckt hat. Deswegen habe Geduld und warte ab, bis du insha'Allah das Gute bekommst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi.